Ich zeige dir jetzt die Top 10 Einstellungen, die du bei deinem neuen Pixel 9 oder 9 Pro unbedingt vornehmen solltest. Kurzer Hinweis in eigener Sache, ich verlose gerade ein Google Pixel 9 Pro XL. Wenn du beim Gewinnspiel noch mitmachen willst, dann schau mal in der Beschreibung. Also was du als allererstes bei deinem Pixel 9 oder 9 Pro machen solltest, ist zu schauen, ob die Software auf dem neuesten Stand ist. Denn wir haben ja jetzt noch Android 14, aber es gibt ja auch bald Android 15 und die solltest du sofort runterladen, wenn die verfügbar ist. Um nachzuschauen, geh jetzt einfach in die Einstellungen, dann scrollst du ganz runter zu System und dann gehst du hier runter zu Software Updates. Dann klickst du hier auf System Update und dann wird hier nach der neuesten Software gesucht. Da kannst du auch nochmal hier unten auf Update prüfen klicken, manchmal findet ihr das gar nicht sofort, aber dann bist du sicher. Wenn du jetzt zurückgehst, kannst du ja auch auf App Updates gehen, das würde ich dir auch empfehlen. Da siehst du nämlich dann immer hier, welche Apps noch nicht geupdatet wurden. Da kannst du einfach draufklicken auf Alle aktualisieren und dann werden auch deine Apps auf den neuesten Stand gebracht. Und ebenfalls in den Einstellungen solltest du danach noch auf Datenschutz und Sicherheit gehen und dann hier auf Nach Updates suchen. Dann werden nämlich die Play-Services nochmal aktualisiert. Da musst du einfach das Gerät hier nochmal neu starten. Als nächstes solltest du dann Gemini Advanced aktivieren. Falls du das Pixel in der Vorbestellaktion bestellt hast, kriegst du ja Gemini Advanced und 2TB Google Cloud Speicher gratis dazu. Aber das musst du erst noch aktivieren. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis Gemini aufkommt. Dann mache das Fenster groß und dann klicke hier oben rechts auf dein Google-Konto. Und dann musst du mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das dann da war, aber da wird dann irgendwo dieser Bildschirm erscheinen. Du kannst Gemini Advanced nutzen und dort kannst du es dann, wenn du auf den blauen Button klickst, aktivieren. Das kostet dich nichts. Aber Vorsicht, das ist eine Abo-Falle. Nach einem Jahr kostet dich das dann 22 Euro im Monat. Du solltest das Abo am besten auch gleich sofort wieder kündigen, falls du da nicht Probleme haben möchtest. Geh dazu in den Play Store, oben auf dein Account und dann auf Zahlung und Abos. Und hier gehst du auf Abos. Und hier wird dir Google One angezeigt. Das ist das Gemini Advanced. Das kannst du dann mit einem Klick da drauf auch wieder kündigen. Dann solltest du auch unbedingt mal Gemini Live ausprobieren. Zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es für den deutschen Markt noch nicht freigeschaltet. Aber wenn du das Video einfach ein paar Wochen später guckst, sollte das soweit sein. Und wie du es aktivierst, ist ganz einfach. Du hältst den Power-Button gedrückt, um Gemini zu aktivieren. Und dann erscheint hier unten rechts ein anderes Symbol als dieser Pfeil hier. Wenn du dann da drauf klickst, kommst du in ein neues Fenster, wo du mit Gemini Live dich unterhalten kannst. Solltest du unbedingt mal ausprobieren, das ist ein Game Changer, dann kannst du mit Gemini Live eine Konversation führen. Du kannst ihn auch wirklich Sachen fragen. Sag ihm zum Beispiel, du brauchst einen Essensplan, er soll dir was zusammenstellen. Oder du planst eine Reise nach New York. Er soll dir kostengünstig die Top 5 Hotspots suchen und dir einen 3-Tage-Trip zusammenstellen. Was du auch mal probieren solltest, während er das dir alles sagt, unterbrich ihn ruhig mal. Also quatsch einfach ihm mal ins Wort rein, denn die KI wird das alles auch verstehen und auf deine neue Anfrage eingehen. Also Gemini Live, sobald es verfügbar ist, probier es unbedingt mal aus. Ebenfalls jetzt noch nicht verfügbar, aber wird auch bald kommen, sind die Pixel Playground und die Pixel Screenshot App. Entweder wird dir dann mit einem Update auf dein Gerät installiert oder du solltest sie dir im Playstore runterladen. Das kann ich jetzt zum Zeitpunkt noch nicht sagen, wie es laufen wird. Aber diese zwei Apps sind auch Pixel-exklusiv. Mit Gemini Playground kannst du halt Bilder erstellen. Du gibst dann einfach einen Prompt ein und die KI baut dir dann irgendein Bild. Das ist ganz nice. Und mit Pixel Screenshots kannst du deine Screenshots durchsuchen. Die KI durchforstet dann alle deine Screenshots nach bestimmten Themen, nach Text. Das ist also auch so eine OCR-Erkennung. Das ist auch richtig smart. Probier es auf jeden Fall auch mal aus, sobald es verfügbar ist. So, machen wir jetzt mal wieder mit dem Gerät weiter. Was du auch unbedingt machen solltest, nachdem du das Handy eingerichtet hast, ist die Auflösung hochzustellen. Denn das Pixel bietet auch eine fast WQHD-Auflösung an, aber die musst du erst in die Systemeinstellung aktivieren. Geh dazu also in die Einstellung, dann auf Display und dann scrollst du runter zu Bildschirmauflösung. Und hier wählst du einmal volle Auflösung aus und dann wird das Display noch ein bisschen schärfer. Vor allem kleiner Text wird dann viel besser lesbar. Als nächstes solltest du mal dein Homescreen richtig personalisieren, so wie ich das hier gemacht habe. Halte dazu einen Finger auf dem Homescreen gedrückt und geh dann hier auf Hintergrund und Stil. Wenn du jetzt hier runter wischst, kannst du zum ersten Mal das App-Raster festlegen. Also wie viele Apps dir angezeigt werden sollen. Ich wähle immer 5x5 aus. Da hast du einfach viel mehr Platz auf dem Homescreen. Als nächstes solltest du dein Wallpaper mal anpassen. Du kannst gerne eins von meinem neuen Glas-Wallpaper benutzen. Die sehen so aus. Mir gefällt es extrem gut. Ich habe das extra für die Farben von den Geräten angepasst. Also wenn du ein grünes Gerät hast, kannst du dir auch einen schönen grünen Hintergrund auswählen. Wenn du dazu dann noch die App-Icons einfärbst, hast du einen richtig schönen einheitlichen grünen Look. Ich finde es extrem stylisch. Wenn du darauf Bock hast, dann schau mal in der Beschreibung. Da verlinke ich dir die Wallpapers. Also wähle einfach das entsprechende Wallpaper aus und scroll dann hier unten zu Symboldesigns. Das aktivierst du einmal und dann werden die App-Icons auch noch so eingefärbt. Wenn du dann hier oben auf Sperrbildschirm klickst, kannst du den Sperrbildschirm auch nochmal personalisieren. Hier kannst du zum Beispiel die Uhren-Styles durchscrollen. Du kannst einfach eine Uhr auswählen, die dir gefällt. Dann kannst du auch noch die Farbe und die Größe anpassen. Klein oder dynamisch. Und auch ganz wichtig, die Verknüpfung hier. Da kannst du einstellen, wie die zwei Buttons auf dem Sperrbildschirm belegt werden sollen. Hier wählst du bei linke Verknüpfung irgendwas aus und hier bei rechte Verknüpfung was anderes. Ich packe mir immer gerne die Taschenlampe hin und den D&D-Modus oder sowas. Dann solltest du unbedingt hier nochmal draufklicken. Jetzt kannst du auch das Now Playing aktivieren. Wenn du nämlich hier runtergehst auf Now Playing und das hier aktivierst, dann wird dir auf deinem Sperrbildschirm auch mal angezeigt, welcher Song gerade läuft. Und am Ende fehlt wahrscheinlich nur noch die Uhr. Das ist die Google-Uhr. Da klickst du einfach hier drauf, klickst auf Widgets, suchst hier nach Uhr. Hier hast du sie. Dann kannst du sie hier einfach auf dem Homescreen ablegen. Und dann hast du genau diesen Style, den ich habe. Als nächstes kannst du dann auch noch die Vorschläge deaktivieren, die dir hier unten in den Apps oder in der Übersicht angezeigt werden. Ich finde es ziemlich nervig. Ich will hier mal konstant die Apps haben, die ich hier eingestellt habe. Falls du also diese Vorschläge nicht haben willst, dann klick mal hier lange drauf. Geh auf Einstellungen. Scroll runter zu Vorschläge. Hier kannst du sie einmal komplett deaktivieren. Und hier kannst du auch noch die Vorschläge in der Übersicht deaktivieren. Als nächstes gehen wir in die Einstellung zu Sound und dann scrollst du mal hier runter, bis du zu glasklare Anrufe kommst. Das würde ich an deiner Stelle auch aktivieren. Dadurch werden Hintergrundgeräusche beim Telefonieren nochmal deutlich reduziert. Und dein Gegenüber versteht dich einfach noch besser. Gehen wir jetzt dann zurück nochmal in die Einstellung und hier wieder zu Display. Denn als nächstes sollst du auch den Dark Mode automatisiert aktivieren. Da klickst du einfach hier bei Automatische Aktivierung, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und was heißt das dann? Sobald die Sonne untergeht, wird dein Bildschirm komplett schwarz geschaltet. Das ist einfach viel angenehmer für die Augen und spart gleichzeitig auch nochmal ein bisschen Strom. Als nächstes möchte ich dir zeigen, dass es eine Doppeltipp-Geste auf der Rückseite gibt, die du frei konfigurieren kannst. So kannst du zum Beispiel die Taschenlampe aktivieren oder einen Screenshot machen. Nur wenn du dein Handy hinten doppelt antippst. Um das zu aktivieren, gehst du auch in die Einstellung, scrollst ganz runter zu System und dann zu Touchgesten und Bewegungen. Jetzt siehst du hier oben schnell tippen, um eine Aktion zu starten. Erstmal aktivieren wir das. Und dann kannst du dir schon auswählen, Screenshot, Taschenlampe oder App öffnen. Je nachdem, was dir hier gefällt. Wenn ich jetzt hier doppelt drauf tippe, wird automatisch bei mir ein Screenshot gemacht. Was ich auch immer gerne mache, ist, diesen Google Passwortmanager auf dem Homescreen abzulegen. Du kennst vielleicht den Google Passwortmanager, da werden alle deine Passwörter automatisch in deinem Google Account gespeichert, damit du dich viel schneller einloggen kannst. Manchmal funktioniert es aber nicht in Formularen. Und dann ist es gut, wenn du auf deinem Homescreen direkt auf diesen Passwortmanager zugreifen kannst. Du kannst dir nämlich da einfach eine Verknüpfung hinlegen. Geh dazu einfach in die Einstellung. Dann scrollst du runter zu Passwörter und Passkeys. Du klickst dann hier auf deinen Google Account und gehst dann hier auf Google Passwortmanager. Hier siehst du alle deine gespeicherten Passwörter, aber wenn du hier auf Einstellungen gehst und dann hier runter scrollst, kannst du hier Verknüpfung zum Startbildschirm hinzufügen anwählen. Das machst du dann. Und hier haben wir dann den Passwortmanager. Wenn du da drauf klickst, kommst du sofort zu all deinen Passwörtern, die du hier durchsuchen kannst. Und zu guter Letzt will ich dir auch den One-Hand-Mode zeigen. Wenn du hier runterwischst, kannst du dein Handy mit einer Hand leichter bedienen. Das musst du allerdings erst noch aktivieren. Geh dazu auch in die Einstellung. Scroll runter zu System. Dann gehst du wieder auf Touchgest und Bewegung. Scrollst runter zu Einhand-Modus und aktivierst den hier. Jetzt zeige ich dir noch, wie du hier oben die Prozentanzahl im Akku anzeigen lassen kannst. Geh dazu auch wieder in die Einstellung. Dann suchst du einfach oben nach Akku. Und dann siehst du hier schon Ladestand-Anzeige in Prozent. Das aktivierst du einmal. Und dann hast du hier oben auch immer den aktuellen Akkustand in Prozent. Also das waren meine Top-Einstellungen, die du unbedingt beim Pixel 9 und 9 Pro vornehmen solltest. Hast du noch ein paar nützliche Tipps, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere mich gerne, damit du keine weiteren Tipps- und Tricks-Videos verpasst. Folg mir auch gerne auf Social Media. Alle Links, auch die zu meinen Wallpapern, findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch zwei weitere Videos von mir anschauen. Mal los, klick drauf. Es lohnt sich.